Hallo ihr Lieben, bei dem Schild B004 beginnen wir wieder mit dem Halt, also mit dem Sitz in Grundstellung und dann geht ihr um den Hund herum. Das macht ihr immer vorwärts, das heißt ihr geht nicht hinter dem Hund, sondern geht wirklich gleich einen Schritt geradeaus vorwärts und somit gegen den Uhrzeigersinn um den Hund herum. Der Hund bleibt dabei, bitte ruhig sitzen, mit beiden, also mit allen vier Pfoten am Platz, also hier gerade auch die Vorderpfoten sollten sich nicht bewegen. Ein leichtes Umsetzen ist okay, aber er sollte sich nicht umdrehen, gucken darf er, sondern wirklich möglichst still sitzen. Das Schild B005 beginnt auch wieder mit dem Halt, also Sitz in Grundstellung bei Fuß, dann soll der Hund ins Platz und dann geht ihr auch wieder vorwärts gegen den Uhrzeigersinn um den Hund herum. Auch hier soll der Hund gleichmäßig liegen bleiben, er darf gucken, sollte aber bestenfalls auch noch nicht mal mit der Hüfte abkippen. Also wirklich richtig schön gerade liegen bleiben, gucken ist erlaubt, aber die Hüfte darf nicht abkippen. Das heißt hier arbeite ich immer gerne ein bisschen mit mehr Körperspannung und wünsche euch da ganz ganz viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal!